so hauptsache wir haben es da freue ich mich ja schon auf die nächsten das wird sehr schön okay gut die haben war und da unten das können wir noch freischalten oder kann man auch wieder schnitzen das haben wir schon was uns da oben fotoentwickler ach da waren wir schon da war die wir müssen zum grünen m ach das grüne m ist ja die andere insel wieder ich würde folgendes vorschlagen wir schlagen uns nach hier unten durch und ich würde gerne noch mal die startung mitnehmen aber auf jeden fall war hier noch hier noch irgendwo der schatz den würde ich gerne noch mitnehmen okay pass auf ich schalte hier frei wir schlagen uns ein bisschen durch die sachen kommen uns ja später holen irgendwann so dann gehen wir in richtung quest oh hallo wird das geräusch uns jetzt ewig begleiten ist das für ein geräusch ein notgleitschirm interessant der ist neu so mal das geräusch das geräusch ist ein ewiger begleiter oder was muss ich gleich mal speichern und laden ich glaube ja ein tausendfüßler habe ich gehört da ist ein lagerfeuer da ist eine kleine city mit einem kleinen mit einer kleinen claw machine wo ist das lagerfeuer jetzt wenn es direkt vor mir ist sehe ich es nicht so lagerfeuer haben wir freigeschaltet äh tingeting tingeting da müssen wir eigentlich nur den freischalten eigentlich aber auch den hier eigentlich auch die beiden tingeting there is no thing like tingeting so ein greifautomat na siehste mal aber wir haben noch ich brauche die brokale glaube ich noch als geschenk mache ich ein bisschen später greifautomaten würde ich auch gerne noch abgreifen im wahrsten sinne hier können wir auch schnitzen müssen wir aber gerade nicht Imbissstand wunderbar ach gucke da wird gerade eine statue gebaut von von Iro Gnaden ha wäre doch schade wenn da was passiert warte mal gibt es jetzt wirklich kann ich mal ein Ei sparen gibt es hier irgendwo ein Laternchen ja ne da da gibt es ein Laternchen das nehme ich mit das müsste eigentlich auch gehen so Öllampe danke ich lad mir die mal gerade ja so dann lass mal die gleich fallen ich hoffe die explodiert auch jo sehr gut sehr gut sehr gut so rein die Kinder und auch noch Explosionen sehr gut alles geschafft heute was wir machen wollten hey Leute keine Zeit zum laudern tut mir leid bin gerade voll beschäftigt ja jedes Tier ist ein Freund wenn man mutig genug ist ja weiß ich nicht falls du dich jemals verloren fühlst dann suche dir einen Aussichtspunkt und rufe was ganz laut ja bin sicher das rufen hilft einem allermeisten so so das Ding da hole ich mir noch schnell under the sea baby it's better down where it's wetter take it from me sooo tschuuu ähm tuuuuh plätschen 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 plätschee plätschen plätschee Oh habe ich es doch gedacht, habe ich mir doch gedacht. Feuer ist freigeschaltet und ich habe es doch direkt gewusst. Als würde das nicht dazu einladen, da oben was zu verstecken. Ist irgendwie in jedem Game so, wenn es so eine Struktur gibt, muss oben was drauf sein. Das ist sehr wichtig. So, ansonsten da hinten müssen wir hin, man sieht es von hier aus schon ein bisschen. Und das heißt, wir müssen rausspielen, also abtauchen. Oh, wie süß. Jetzt noch einen kleinen Baby-Pinguin essen. Oh, so sweet. So, welches von den Sachen ist in der Steg? Hier. Oh, oh, oh. So, guten Tag. Ich würde gern ein... Hier kann man das Boot spawnen. Interessant. Ich würde gern ein Ticket buchen. Oh. Naja, der würde es schon schaffen. Wir müssen die auch mal freischalten hier, ne? Nach A-Moon, bitte. Schnellsegel. Let's go. So. Meerwora-Statue. Eine selbstgefällige Meerwora-Statue aus dem Erd. Sie ist leicht entzündlich, kann mit einer guten Explosion zerstört werden. Das machen wir schon. Ständig. Was denn? Oh, wie süß. Nein, mach ich nicht. Ich kann... Ich kann ihn nicht trennen. Es tut mir leid. Ich kann ihn nicht trennen. Ich hab grad kurz überlegt, aber es geht einfach nicht. Was ist das da unten? Ist da irgendwas? Imbissstand ist das da unten. Okay. Kann ich eigentlich auch. Schade. Ich würde so gerne... Oder ich wäre auch gern ein Fahrrad. Katze geht auch. Oh, warte mal da drüben nochmal. Hallo. So. Das nimmt man natürlich mit. Schade. Ich bin's. Fleckige Matratze. Bäh. Ich weiß nicht, ob man in den Läden nicht reingehen kann. Oh, schade. Schade, schade. Ich wäre so gern Roller. Da oben auf dem Haus ist auch was. Oder ist das das Haus? Ich kann auch jetzt da hinfliegen. Das lasse ich mir nicht entgehen. Äh... Vogel war... Bö... Bart, ne? Jo. Ach, hier kann man... Hier ist der Judelpunkt. Äh... Oh Gott! Oh Gottes Willen! Boah! Und wie kommen die beiden... Wie kommen die beiden Kinder hier hoch? Kann ich hier auch schubsen? Ich bin nicht dazu aufforderbar. Ich habe schon Leute gesehen, die Vögel mit einer Schleuder von mir geschossen haben. Das ist auch vor der Geschicklichkeit. Was? Ganz ehrlich. So, und hier? Hattet ihr auch was Schlaues zu sagen? Wenn ich ein Vogel wäre... Ja, ich würde auf jeden kacken. Ja. Ciao! Hört sich auch mal wie Ciao. Da unten ist was. Da drüben ist was. Da oben auf dem Kran. Da oben auf dem Ding. Alles auf den Häusern. Warum? Ob es da hoch geht? Können wir die Leiter klettern? Nur mal so aus Neugier. Was machst du denn? Was machst du denn? Boah, geil. Spider-Man! Spider-Man! Das würde ich bei Spider-Can! Das ist ja oben kein Special. Nein, okay. Oh boy, oh boy. Höhenangst kickt. So, wir müssen da drüben rein. Das da hinten auf dem Haus hatte ich gesehen. Da unten ist aber noch was. Hier sind überall Sachen versteckt. Ähm, nein. Nein, was machst du? Hör doch auf, überall ranzufummeln, Mann. Wenn wir schon mal hier oben sind, kann ich nicht da rüber fliegen? Ich probier's mal. Bestimmt ne gute Idee. War das ne gute Idee? War das ne gute Idee? Es war ne gute Idee. Stellt sich raus, war ne gute Idee. Na sowas. So. Ich glaube, ähm. Oh Gott. Mach doch noch weniger Platz. Oh, fuck. Das ist wahnsinnig. Wie's deppert. So. Down ist nix. Ich suche das nächste grüne Lichtelein. Leuchte es mir heim, das Lichtelein. Grünes Lichtelein. Ist hier kein grünes Lichtelein. Da unten. Na also. So. Und dann können wir zum großen M. Oh. Oh. So. Vielen Dank. Läuft bei uns. Fat Noisy. Chili. Fat Noisy und Professor Chili. Oh Gott, die Dinger gibt's überall, oder? Die kenne ich aus meiner Kindheit. Diese, diese Wippen. Die gab's auch in der Weststadt in Braunschweig. Okay. Und hier gibt's die also auch. Mensch. Mange Jackie. Okay. So. Wo müssen wir hin? Was denn? Ich wollte ja nicht stören beim Schlafen. Was denn ist da oben? Das Gelbe? Nichts. Okay. Sehr dunkel gerade. Wir zaubern gleich mal wieder Tag, oder? Von welcher Seite aus komme ich da jetzt hoch? Und vor allen Dingen... Oh. Ausdauerfrucht gibt's hier auch. Plumm, 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 plumm. Was ist das da? Was ist denn das hier? Geflochtenes Schmuckstück. Aber hier ist nichts. Okay. Okay. Wir gehen zuerst das Ding da holen und dann holen wir uns die Ausdauerfrucht, würde ich sagen. Und wir müssen hier offenbar noch ein bisschen was abgrabbeln. Da gibt's noch einen Aussichtspunkt, aber den haben wir nicht schon? Oder gibt's dann in die Richtung noch mehr interessante Orte? Wie viele Orte kann's da noch geben? Okay. Ja, den hier erstmal. Hätte ich mir auch sparen können. Wir sind nämlich schon da. Ja. Da sagst du was. War das falsch? Ich hab... Ich hab Dark gemacht. Das war... Das war tatsächlich falsch. Ich wollte gar keinen Hund herbeirufen. Ich wollte eigentlich Dark für... Für Tag machen, aber das war dumm. Äh... Das ist ja gar nichts. Ich mach Café. Das mit der Maus scheint nach dem Reboot besser zu funktionieren. Was war denn da los? Also hab ich jetzt noch keine Probleme gehabt. Ich achte mal drauf. Das wird sehr weird. Sehr speziell. Warum auch immer hier dieses Dschungel-Vogel-Gezwitscher kommt. Ich hab keine Ahnung. So richtig Dschungel-like will es hier nicht wirken. So, wir bringen die Geschenke. Jetzt kriegen wir eine Audienz. Hat ja auch ein bisschen gedauert. Weiter. Ihr habt alles auf der Liste. Äh, ja. Pas hier. Leicht am Übersteuern. Junge, Junge. Oh. Oh, den kennen wir doch. Der Tausendste. Was? Was? Oh nein. Oh no. Oh, der Arme. Oh. Oh. Seppi loka hape Es demnien gottos Masse mai sa Altaaa, diese Szene Welch ein Kinderfreundliches Spiel Ich bin... Kimmeng. Anneshi! Lotha-Vinnenappet! Ichemannu! Ichetanaisinaku! Meimea-Bohra-Wangnela! Ichesemannu! Da war die Avengers. Hm? Ja? Neimea? Neimea? Sie hat doch den Gleiter nutzen können! Wir haben doch den Gleiter! Erkunde die mysteriöse Insel! Kapitel 5! Oh! Wer wohnt in einer Ananas ganz tiefe Meer? Ähm... Ähm... Okay, kann ich hier... Ist die Insel... Ne, die ist... Okay, die ist nicht auf der Map gerade. Gibt's hier irgendwo einen Weg oder irgendwas? Da oben ist ein Sprungturm oder irgendwas? Keine Ahnung. Wer wohnt in der Ananas ganz tiefe Meer? Spongebob... Schwammkopf... Huch! Wie der einen die Schrotwinde falsch rum hält. Einen Streich also? Einen Streich also? Einen Streich spielen sie. Einen Streich spielen sie. Einen Streich spielen sie. Einen Streich? Einen Streichπieu' Eine andere kleine Cal He! So, erst mal dein Wacken-Club. Schön. Neulich auf dem Wacken. Schön. 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 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Geile Party. Wäre ich gern dabei gewesen. Na nö. Na nö. Ein Mensch. Erhalte eine Perle. Okay. Wackendorf. Geht zu der älteren Dame. Erhalte ein Schmuckstück. Haben wir auch gemacht. Auf der Karte markiert. Truhe mit Wertsachen. Wo, 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 wo. Und es leuchtet hier überall. Wir müssen das alles mitnehmen. Das ist uns allen klar. Können wir nochmal wiederkommen eigentlich? Ich weiß immer noch nicht, wo wir sind. Ach du Heilige. Und da ist auch noch ein... Da ist Schiffswrack. Okay. 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 Oh, Perlen gibt's ja auch ein paar. Die sollte man mitnehmen. Da gibt's noch einen neuen Song. Äh, zwei von den Dingern. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Sprungbrett Challenge. Keine Ahnung, wie wir die machen können. Okay. Hier gibt's auch ein paar Perlen. Richtiges Perlenparadies hier. So, das zuerst. Also ich nehme mal an, wir kommen hier nicht so schnell wieder. Glaube ich. Deswegen... Nehmen wir alles mit, was wir kriegen können. So. Der Droscha haben wir mitgenommen. Dann hier drüben das Ding. Da müssen wir wahrscheinlich irgendwie runtergehen hier, ne? Okay, da unten ist ein Schatz auch noch. Hab's da vorne nicht auch geleuchtet irgendwo? Okay, das kann hier überall sein. Man sieht die Höhe leider nicht. Ah. Guten Tag. Das nehmen wir mit. Den Schatz aber auch. 21 Meter. Da drin irgendwo. Oh, oh Gott. Kann ich da hinspringen? Jo, kann ich. So, das nehmen wir auch gleich mit. Kapuzen, Pullover mit Reißverschluss, blau, einfarbig. Mhm. Mhm. Eine Heizahnkette. Fantastisch. Rot, einfarbig. Okay. Und da sehe ich schon die erste Perle. Halt. Und da unten ist noch eine Truhe. Das ist ja richtig Geschenk hier. Richtiges Geschenketauchen einfach. Da ist noch eine Perle. Die nehme ich zuerst mit, dann tauche ich schnell auf. Dann gleich wieder runter. So. Plopp. Kiste hätte man auch geschafft, aber lieber, lieber auf Nummer sicher gehen. So. Nächste Truhe. V-Formen. Die Gitarre. Okay. Da ist noch eine Perle. Stoffstürmernd rot gemustert. T-Shirt, schwarzes Logo. Ja, cool. Da ist die nächste Perle. So. Und ich glaube, das war es das dann schon. Da oben ist noch eine, aber ich glaube, die ist zu. Ah, die haben wir schon. So, ganz kurz mal hier gucken. Eine haben wir noch. Ähm. Da irgendwo. Schaffen wir die? Erstmal finden. Oh, ah, die ist hier oben drin. Okay, hole ich gleich. Warte. Die ist ein bisschen Sigrid. Sigrid und Roy ist die. So, danke schön. Träumchen. So. Hier ist so ein Ding. Viel Dank dafür. Und da drüben ist auch noch irgendwas. Ah, ich sehe schon. Erstens hier ein schöner Tisch mit nichts, was wir nutzen können. Aber auf der anderen Seite hier. Das nehmen wir auch mit. Das ist ja wie Weihnachten hier alles. Meine Fräse. Wir kommen hierher und beklauen die einfach. Wir nehmen einfach alles mit, was die haben. So, das da nehmen wir auch noch mit. Muss wieder nach oben, glaube ich, ne? Irgendwie sieht hier alles aus, als wären wir unter Wasser. Aber wir sind eigentlich über. Aber das muss das im Wackenland sein. Oder Mwacken. Ich glaube Mwacken. Das Mwackenland. Mwack, 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 Mwack. So. Ach, die sind ja süß. Hallo. Die reden nicht mit uns. Naja, warum sollten sie auch? Da ist wieder eine große Hütte. Wahrscheinlich wohnt da die alte Frau. Die ist ja wahrscheinlich CEO. Aber bevor wir zu ihr gehen, graseln wir hier alles ab. So. Da ist man wieder. Schwierig so ein Geräusch. Die Häuser hier aber alle aus Stein, ne? Nicht so wie die Dörfer, die durch die wir sonst so kommen. Hier war schon Advanced Civilization am Start. Wo muss sie überhaupt hin? Ich weiß gar nicht, wo, wer, wie, was, wo. Aber ist das ein Ortsschild? Ne. Das muss unter uns sein. Über uns wohl kaum. Also muss es unter uns sein. Ah, wir sind wieder hier. Aber wie kann das denn? So, hier ist die Party Location. Ja, okay. Das verstehe ich. Aber wo ist denn hier? Das kann ja eigentlich nur auch da unten drin sein, oder? Ne, es muss irgendwo... Hä? Ne. Hier ist ja nichts drin. Eine Höhle vielleicht? Ich... Oh. Tatsächlich eine Höhle. Wer hätte es gedacht? Wer hätte es gedacht? Oh, okay. Und ist das gut? Ja, scheint so. Keine Ahnung, wo wir jetzt sind. Gibt es hier Muscheln? Nein. Hier gibt es nischt. So, geil. Höhle haben wir auch mitgenommen. Ein Träumchen. Hier hätte auch ne Kiste drin sein können. Das war schon ein bisschen special. Die sind wir angekommen, ne? Die sind wir hochgegangen, dann wurden wir nicht erwischt. So, wenn wir die haben, können wir jetzt ruhig die machen. Dafür müssten wir eh ein bisschen weiter. Das war schon. Untertitelung des ZDF, 2020